Überraschung im Doof-Deo? Das müssen wir auf jeden Fall zusammen ausprobieren. Und ich habe mir direkt das pinke Doof gekauft. Das ist so eine Winter-Edition. Das schneiden wir jetzt gemeinsam auf und schauen, ob da wirklich was drin ist, Freunde. I doubt it. Leider musste ich das Deo dafür kaputt machen, aber da sind einfach Ringe drin, Leute. Da sind einfach wunderschöne Ringe drin. Wie schön ist das denn? Den ersten, den ihr markiert, der muss es für euch ausprobieren. Und übrigens wette ich mit euch, ich habe Schlumpfine im Überraschungsei. Schaut immer in der Story vorbei, ob es wirklich Schlumpfine war.